Ich weiß nicht, das hat mir halt nicht gefallen. Ach, so schade. Ich hätte mir so gewünscht, dass ich es so gerne mag. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal soll es um Wie die Stille unter Wasser von Brittany C. Sherry gehen. Das ist das erste Buch, was ich von dieser Autorin gelesen habe. Und ich versuche mich ja gerade so ein bisschen in diesem Young Adult, New Adult Genre aus. Und wie mir das Buch gefallen hat, erfährst du in diesem Video und ich wünsche dir viel Spaß damit. Die Geschichte beginnt damit, dass Maggie gemeinsam mit ihrem Vater zu seiner neuen Freundin zieht, nämlich zu Katie. Katie hat auch zwei Kinder, Sheryl und Calvin. Und die sind noch relativ klein, genauso wie Maggie zu Beginn dieser Geschichte. Also es sind wirklich noch kleine Kinder. So, sie wird mit offenen Armen empfangen. Alles ist eigentlich relativ schön. Das Haus ist toll. Es spielt sich dann auch mit Sheryl und Calvin irgendwie relativ schnell ein. Also es ist einfach alles schön. Und Calvin zum Beispiel hat auch einen besten Freund, Brooks Taylor, der dauernd bei denen zu Hause ist. Und Brooks Taylor und Maggie sind eigentlich von Anfang an ineinander verknallt. Zumindest Maggie richtig doll in Brooks. Und so möchte sie ihn heiraten. Das ist einfach halt so eine kleine Kinderspielerei, sage ich mal, ja. Also die sind wie alt, sind die da acht oder so. Und sie möchten heiraten, zumindest möchte Maggie das, und verabreden sich im Wald, der in der Nähe dieses Hauses ist. Und Maggie geht dann los, um eben Brooks dort zu treffen. Und der taucht aber nicht auf. Und sie ist richtig, richtig traurig, verläuft sich dann in diesem Wald. Und dann sieht sie etwas mit an. Und ihr passiert etwas, was sie ihr Leben lang nicht mehr loslässt. Und was sie so traumatisiert, dass sie von diesem Moment an aufhört zu sprechen. Ich sage dir bewusst nicht, was es ist. Auch wenn es direkt am Anfang passiert. Weil ich möchte, dass wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast und es noch lesen möchtest, selbst hinter diese Geschichte kommst. Und es ohne Spoiler vorher erfährst. Denn ich bin froh, dass mir niemand gesagt hat, was passiert ist. Ich habe diese Szene gelesen und ich war einfach nur so... Du merkst vielleicht, wie meine Hand gerade zählt. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Und Brooks kommt dann irgendwann aber hingehalt und findet eben Maggie. Und bringt sie nach Hause. Und macht sich natürlich total... Ja, also er hat einfach total die Schuldgefühle, ne. Weil wäre er pünktlich da gewesen, wäre es vielleicht nicht passiert, bla bla bla. Wie man dann eben in so einer Situation tickt. Maggie hört von diesem Moment an auf zu sprechen. Sie spricht mit niemandem darüber, was passiert ist. Sie zieht sich vollkommen in sich zurück. Sie verlässt das Haus nicht mehr, weil sie einfach Panik hat. Und keiner weiß so richtig, wie er mit ihr umgehen soll. Und der Einzige, der irgendwie noch ein bisschen zu ihr durchdringt, ist eben Brooks Taylor. Die Geschichte geht dann weiter, als Maggie 18 Jahre alt ist. Sie spricht immer noch nicht. Und ihr Bruder und Brooks und noch zwei andere Kumpels haben eine Band. Da üben sie dauernd und Maggie ist eigentlich so der größte Fan. Und sie ist immer noch verknallt in Brooks. Und die beiden kommen sich dann auch so ein bisschen näher. Sie kommunizieren über so ein Whiteboard. Und eigentlich checkt auch jeder in der Familie, was Maggie sagen will, ohne dass sie sprechen muss. Mit Cheryl ist das alles mega schwierig. Die rastet total aus. Dreht am Rad. Behandelt Maggie nicht gut. Weil sie so, sie rebelliert halt so krass und merkt immer, okay, Maggie ist hier immer irgendwie der Mittelpunkt in dieser Familie. Wegen ihr müssen wir Sachen absagen und so weiter. Also die beiden verstehen sich gar nicht, was halt für Maggie echt richtig schlimm ist. Aber Cheryl kommt einfach nicht klar. Brooks steht, wie gesagt, immer zu ihr. Und Maggie sorgt dann dafür, dass ein Video von den Jungs, also von der Band von denen, an jemanden geschickt wird, der dann dafür sorgen kann, ja, dass sie so ihren Durchbruch starten, ja. Schaffen, meine ich, dass sie durchstarten. Mann. Bedeutet natürlich aber auch, dass sie weggehen müssen. Und Maggie kann nicht mit, denn sie verlässt ja dieses Haus nicht und spricht auch nicht. So. Und so muss sie sich schweren Herzens eben von denen trennen. So. Das ist eigentlich die Ausgangssituation dieser Geschichte. Wenn du an dem Punkt angelangt bist, dann bist du ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, hier vielleicht. Also ein bisschen hast du schon. Ist jetzt aber trotzdem nicht zu viel vorweggenommen. Es steht auch im Klappentext so drin. Jedenfalls spielt die Geschichte dann nochmal irgendwie, ich glaube, fünf Jahre später oder so, es passieren gewisse Dinge, ich sag dir jetzt nicht was. Aber zwischen Brooks und Maggie herrscht eigentlich so eine schöne Liebe am Anfang dieser Geschichte. Du merkst, wie doll sie eigentlich füreinander gemacht sind, ja. Und das ist auch noch nicht so kitschig. Der Schreibstil von Brittany C. Sherry ist wirklich richtig, richtig toll. Das muss ich ihr lassen, ja. Weil ich komme jetzt gleich zu ziemlich vielen negativen Punkten. Sowohl hier in diesem spoilerfreien Teil, als auch vor allem im Spoiler-Teil. Es ist ein super schöner Schreibstil. Sie findet so schöne und richtige und passende Worte für bestimmte Situationen und für bestimmte Gefühle. Und sie beschreibt auch einfach dieses In-sich-Gekehrte von Maggie so und diese Panikattacken, dass du wirklich wenigstens ansatzweise nachvollziehen kannst, wie sich Maggie fühlen muss. Und das muss ich der Frau echt zugute halten. Schreiben kann sie. Leider kommt dann die zweite Hälfte dieser Geschichte, die mir das ganze Buch eigentlich so ein bisschen vermiest hat. Ich fand nicht alles schlecht, aber ich fand ziemlich vieles so übertrieben und so kitschig und so unlogisch, dass ich mir dachte, ne, ganz ehrlich, damit hat sie mich einfach verloren, ja. Muss ich jetzt einfach so sagen. Wie kann ich das jetzt sagen, ohne zu spoilern? Erstens ist es super kitschig. Es ist mir viel zu viel und meiner Meinung nach gibt das auch einfach eine sehr unrealistische Vorstellung von der Liebe ab. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die seelenverwandt sind, die sich über alles lieben und dass es auch sich nach 20 Jahren nicht ändert. So. Punkt. Das kann man so sagen. Aber bestimmte Dinge, die hier beschrieben werden, finde ich einfach irgendwie... Das ist mir too much. Wie die teilweise miteinander reden oder sonst was. Ich hasse so diese Dialoge, die sich so anhören, als wären sie aus so einem... Mann, diese Fliege hier. Ja. Als wären sie aus einem Werk von Goethe, der irgendwie einen Liebesbrief runterschreibt, wie halt einfach kein Mensch spricht. Weißt du, was ich meine? Ich finde es schön, wenn Leute sich schöne Dinge zueinander sagen. Wirklich. Und ich bin tief im Herzen auch, würde ich sagen, schon relativ romantisch. Aber dieses, oh, dieses schleimige Gelaber, dieses, oh, mein Herz und keine Ahnung so. Dieses, wie keiner redet. Ich kann dir jetzt gerade kein Beispiel nennen, aber das ist mir einfach zu viel. Das kann ich nicht. Ich lese das und ich verdrehe die Augen. Ich sitze da und denke mir so, oh Mann, ganz ehrlich, wenn so ein Brief mal kommen würde, ja, dann würde ich noch sagen, okay, hat sich jemand hingesetzt, sich Gedanken gemacht, ist mir zwar immer noch zu viel, aber okay. Aber dass jemand so spricht, finde ich unrealistisch, gefällt mir nicht. Sag mir gerne deine Meinung dazu. Ich weiß, dass es vielen Leuten sehr gefällt. Mir leider nicht. Dann ist es so, dass es noch eine ziemlich krasse Wendung in dieser Geschichte gibt, die mir auch einfach viel zu viel war. Eine Wendung, die sowas von unlogisch war und ich mir einfach nur dachte, so kann das eigentlich gar nicht sein. So kann es nicht passieren. Und das hat mir dann alles ruiniert. So. Jetzt versuche ich erstmal diesen Spoiler-freien Teil damit abzuschließen, dass ich dir sagen kann, wenn du auf Liebesgeschichten stehst, die wirklich ein bisschen, ein bisschen tiefgründiger sind, weil noch mehr als nur diese Liebe da vorkommt, sage ich mal, und auch nichts dagegen hast, eine ordentliche Portion Kitsch und Drama dabei zu haben, dann ist dieses Buch toll. Ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz vielen Leuten wirklich gut gefallen hat. Wenn du aber eher wie ich bist und auch immer diesen realistischen Blick auf Liebesgeschichten hast und auch nicht unbedingt diesen ganzen Kitsch haben kannst, dann ist dir das zu viel. Ich weiß, das ist jetzt weder eine Empfehlung noch eine De-Entfehlung. Entfehlung, meine Güte, du weißt, was ich sagen will. Ich kann dieses Buch nicht weiterempfehlen, wenn du so tickst wie ich. Ich kann es aber weiterempfehlen, wenn du tickst wie viele Menschen, die gerne Liebesgeschichten lesen. Ja, ich komme jetzt zu meinem Spoiler-Teil, denn anders kann, ich kann nichts anderes mehr sagen, ohne dich zu spoilern. Es tut mir leid. Wenn du bis hierhin geguckt hast und jetzt nicht gespoilert werden möchtest, dann mach jetzt auf jeden Fall aus, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und für alle, die dieses Buch schon gelesen haben oder denen es wurscht ist, gespoilert zu werden, die bleiben jetzt gerne dran. Als Brooks dieser Unfall passiert ist auf dem Boot und dann hier alles aufgeratscht war und er fast gestorben ist und sonst was, das an sich war mir eigentlich schon zu viel, weil ich mir dachte, wir haben schon ein sehr großes Drama in dieser Geschichte, weil Maggie nicht mit diesem Trauma klarkommt, was ja auch verständlich ist, ja. Ich meine, wer möchte sowas erleben? Niemand. Und ich verstehe auch, dass sie sich komplett zurückgezogen hat, ja. Verstehe mich nicht falsch. Aber wieso muss noch so ein Drama passieren? Und dann, was mich am allermeisten gestört hat, 20 Jahre oder noch länger kommt Maggie nicht aus ihrem Haus raus. Und für Brooks lässt sie auf einmal alles hinter sich. Geht zu fremden Menschen in die Bibliothek, schreibt denen was auf. Hat auf einmal keine Scheu mehr, mit anderen Menschen nonverbal zu kommunizieren, ja. Nur, weil Brooks im Krankenhaus liegt. Ich verstehe, dass sie da hingehen will. Wirklich, ich verstehe das. Aber es ging mir dann irgendwie doch alles ein bisschen zu einfach. Natürlich wird auch am Rande beschrieben, oh, jetzt kriegt sie kurz Panik. Aber es hat für mich einfach nicht gepasst. Dann sitzt sie da, alles ist gut. Dass sie dann rausgeht, okay. Damit kann ich vielleicht noch leben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dass Brooks auf einmal dann in so eine Alkoholsucht abrutscht. Okay, gut. Ähm, er denkt, sein Leben liegt in Scherben und so weiter. Er behandelt Maggie dann halt scheiße. Okay. Dachte ich mir schon so, oh, diese Geschichte nimmt gerade einen Lauf, den ich überhaupt nicht leiden kann. Aber okay. Aber, dass Maggie ihn dann anschreit. Schreien. Wenn sie 20 Jahre nicht spricht, da war bei mir alles vorbei. Weil ich mir dachte, wenn du so lange nicht sprichst, dann kannst du gar nicht schreien. Ich habe mich mal schlau gemacht. Ich durfte mal zwei Wochen lang nicht sprechen, weil ich eine Stimmbandentzündung hatte, ja. Diese war dann komplett wirklich auskuriert. Und selbst da habe ich gekrächtet und nicht geschrien. Und das waren nur zwei Wochen. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der eben sich mit sowas auskennt. Du kannst gar nicht dann schreien. Das geht nicht. Das hat mich so gestört, dass ich echt da saß und mir dachte, hätte sie jetzt geflüstert oder versucht zu sprechen, ja, dann hätte ich es vielleicht noch irgendwie hinnehmen können. Aber dass sie auf einmal rumschreit und auch gar nicht mehr aufhört zu sprechen, weil dieser Damm gebrochen ist, zwar mir zu viel. Ich finde es gut, dass sie vor Brooks das erste Mal spricht. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde es auch gut und auch noch einigermaßen realistisch, dass sie eben doch aus ihrem Schneckenhaus irgendwann rauskommt. Aber nicht schreiend. Und auch nicht so, dass sie auf einmal mit allen spricht, als wäre nichts gewesen. Ich weiß nicht, das war mir irgendwie zu viel. Was mir auch zu viel war, war, dass die Mutter von ihr, oder die Stiefmutter, wie auch immer, Katie, dass sie diesen Beschützerinstinkt so krass, ja, ausgelebt hat. Ich verstehe, dass sie ihr Kind beschützen wollte und sich irgendwo auch ein bisschen die Schuld daran gibt, dass ihr sowas passiert ist. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum sie dann hinter ihrem Rücken, obwohl ihr Kind es hört, so böse über sie spricht und es ihr noch schwerer macht, aus dieser Situation rauszukommen. Ich weiß, dass jeder mit Problemen anders umgeht und auch mit einem Kind, was traumatisiert ist, anders umgeht. Aber ich fand, das hat einfach irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst. Auch dann ihr Verhalten am Ende nicht. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir das, das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Was ich sehr schön fand, war, wie Maggie halt alle überraschen konnte, indem sie halt eben gesprochen hat auf einmal. Das hat mir gut gefallen. Aber wie es dazu kam, war mir irgendwie, das war nicht meins. Und, nee, irgendwie, ich weiß nicht. Auch diese Verwandlung von Cheryl, dass sie erst als Kind so voll nett war, dann voll das Biest und dann auf einmal so eine Öko-Tante. Da dachte ich mir, nee, also ja, Selbstfindung hin und her und so, ne, aber es hat mir, das hat für mich, hat irgendwie, dieser ganze, diese ganzen Charaktere, das hat irgendwie alles nicht gepasst. Der Einzige, der sich immer treu geblieben ist, obwohl er dann seinen komischen Ausraster da hatte, war Brooks. Und den fand ich dann irgendwie aber auch ätzend. Ich weiß nicht. Und am allerschlimmsten fand ich dann echt noch diesen Heiratsantrag. Da ist bei mir dann alles vorbei und dann noch gleich dieses mit den Kindern. Oh, da ist bei mir immer alles vorbei, weil diese Geschichte hat so viel Potenzial, so gut und so tiefgründig zu sein. Wirklich, es ist alles da am Anfang, die erste Hälfte. Ein Traum. Und dann geht's so bergab für mich. Das ist, das geht gar nicht. Deswegen war ich so enttäuscht am Ende von dem Buch. Oh, jetzt hab ich mich so in Rage geredet. Hier sind ungefähr 180 Grad in diesem Raum. Meine Haare sind nass, ich schwitze und jetzt hab ich mich noch so in Rage geredet. Je länger ich auch über dieses Buch spreche, desto aggressiver werde ich gerade. Und vor allem, sie schreibt eigentlich so schön. Es hätte so vielen Leuten, die psychische Probleme haben, so viel Hoffnung geben können. Aber so fand ich es einfach so unrealistisch. Bitte sag mir, dass du es vielleicht auch so fandest. Ich brauch jemanden, der es genauso sieht. Sie kann doch nicht ernsthaft schreien, nachdem sie 20 Jahre nicht gesprochen hat. Ich weiß nicht. Das hat mir halt nicht gefallen. Ach, so schade. Ich hätte mir so gewünscht, dass ich es so gerne mag. Naja, das sind jedenfalls meine ganzen Kritikpunkte an diesem Buch, die ich dir halt unmöglich in dem spoilerfreien Teil sagen konnte. Bitte, wenn du dieses Buch gelesen hast, sag mir deine Meinung. Du kannst gerne auch mit mir darüber diskutieren und sagen, Lena, wieso findest du es so unrealistisch? Es ist doch dumm, dumm, dumm. Mach das gerne. Ich bin dafür sehr offen. Ich werde mich nicht umstimmen lassen, weil das ist halt meine Meinung. Aber ich finde solche Diskussionen wirklich so interessant, weil ich wirklich verstehen möchte, wieso Leute das nicht so unlogisch finden wie ich. Also. Und dann noch dieser bärtige Mann auf dem Cover. Also es hat für mich halt irgendwie, ich weiß nicht, hat mir einfach nicht gut gefallen. So, jetzt habe ich lange genug darüber gemeckert. Ich hoffe, dir hat das Video trotz meiner Meckerei irgendwas gegeben. Vielleicht hat es dir sogar gefallen. Lass es mich gerne wissen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao. Ciao.